Wenn, sagen wir mal, das ist ein Deutscher und der hat jetzt diese Region eingestellt, finde ich dann auch den sein Spiel in dieser Region? Wie meinst du jetzt? Na, zum Beispiel, ich habe jetzt diese, ich lasse jetzt diese Region so eingestellt. Was du von mir hast. Richtig. Ja. Und ich erstelle jetzt ein Spiel. Ja, dann sind alle bei dir in diesem Land. Okay. Mit ihrer Lobby. Das heißt, ich könnte auch jemand aus meiner Region, der das umgestellt hat, in der Region finden. Ich weiß, das ist ein bisschen seltsam, aber ja. Nur derjenige, der lädt, muss diese Region haben. Die anderen können ruhig Deutschland bleiben. Ich meine das so, dass, sagen wir mal, ich als hier in Deutschland stelle jetzt ein diese Region und jemand anders als du aus Deutschland hat auch diese Region eingestellt. Ja. So, jemand, der in das Spiel rein will, der könnte mein Spiel dann ja finden. Das ist ja dann klar, ne? Naja. Ich weiß, das ist ein bisschen kompliziert jetzt ausgeführt gewesen, aber... Nee, ähm, nee, ähm, das ist... Ginge, aber du musst bedenken, dass es da doch schon viele Leute gibt, die das spielen. Früher war das ja so. Also es gab... Zu Beginn von DBD gab's kein Survive with Friends. Also da hast du wirklich... Was war sie noch? ...eins, zwei, drei, klick. Und dann geguckt, dass du zusammen in die Lobby kommst. Kommst du nicht? Okay, nochmal. Eins, zwei, drei, klick. So ging's da früher ab. Ja, spätestens beim dritten Mal hat man was gefunden. Das hat funktioniert gehabt, genau. Dann haben sie es ja eingeführt, weil, ich meine, du musst es ja den Leuten nicht unnötig schwer machen. Ja, aber letztendlich haben sie es doch irgendwie schwer gemacht, ne? Ja. Weil auch wenn du in der Lobby bist, du findest nix. Wir möchten mal unbedingt ne Kill Your Friends-Runde machen. Kill Your Friends. Aschenlampe. Oh, scheiße, da ist er. Verfolgt ihr euch? Der Trapper. Verfolgt ihr euch? Äh, der geht... Ja. Verfolgt ihr euch immer noch? Ich weiß grad nicht... Ich hörte nur noch den Herzschlag, ich weiß nicht, wo er ist. Ne, jetzt ist er weg. Ja, jetzt kommt er zu mir. Ja, er hat mich gefunden. Wegsaus. Ähm, ähm. Wenn du rechts gehst, kommst du zu uns. Wird nicht rechts gegangen, der sucht mich, die Direkstrau. Ah, er hat mich verloren. Jetzt wirst du mich jemanden finden. Hab ja grad gesagt, wo du lang sollst. Nicht das rechts, das andere rechts. Okay. Bist du das da? Nein, 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 nein. Nein. Ja, das ist schon gut, der hält mich. Nando, du müsstest mal dein Licht optimieren. Mein Licht optimieren? Und deine Bude aufräumen. Achso, ja, stimmt. Nein, 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 nein. Achso, ja. ja 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 laschentampe ja wird der generator dann endlich level 25 dann spiel ich den nie wieder und dann spiel die anderen hoch was für eine scheiße kann den anderen sehen der hockt einfach so jetzt zu ein glück dass ich da bin der hat glaube ich die opfergabe reingehauen dass wenn du in der falle tappst dass du instant auf dem boden liegst ich glaube der ist im keller helft ihr dem macht ihr was sollen wir jetzt vielleicht noch den haken hier kaputt die nummer punkte wohl da versuchts komm dann versuch was halt ne der macht haken der macht haken achso na gut micky probiert ein bisschen ob ich dann jetzt noch von irgendwen nachrichten will ich gehe raus jungs ich wünsche euch was wie sieht's heute abend aus seid ihr da heute abend morgen abend heute abend aber es ist ja schon abend ich habe ihn getötet ich habe ihn getötet es ist 0 uhr 10 für mich zählt es immer nur wenn ich geschlafen habe oder es wieder hell wird dann ist morgen aber ja ich bin morgen abend da will sich in einem scheduler scheiße ich bin im Keller bis heute abend gerüst bis morgen abend bis dann ciao alles egal geht raus geht schon mal raus geht schon dann raus was also ritte er hat versucht den Typ zu retten scheiße ously Gott bin ich stauf.